Hey und willkommen zu einer neuen Folge Clash of Clans. Ich habe ja schon etwas rausgesucht. Ja, greifen wir direkt jetzt mal an. Ja, ich bin jetzt neu auf YouTube. Ich mache jetzt das erste Mal Videos und ja. Suche ein schwacher Gegner. Wenn ihr wollt, könnte mein Clans daher Rufzeichen best auf CoC Rufzeichen. Ja, meine Freunde spielen auch CoC. Alter, finde ich da keine Gegend. Oh, hier. Ein Greifen dran. Stark. Ich finde schon solche Gegner, die in den Sammlern viel haben. Und dass das Platschen schnappen kann. So ungefähr 100.000, 170.000. Das Platschen ist immer noch gar nicht aus. Ich hab da mal los, die kommen jetzt gerade. Obwohl es mir gefallen hat oder nichts. Dann schreib mal los. Ach Gott, das finde ich nicht mehr. Muss ich in der Höhe erleben? Soll du? Ach komm. Ich mache auch andere Videos, z.B. Landwirtschafts-Zinnwalt 2015, T-Shift-Glans und gleich nebenbei Bündig. Vielleicht kommt da heute auch noch mal vor, dass es weiter ist mit Instagram. Wenn du hast die Völfmacht sich nervig ist, würde ich einen kleinen Daumen nach oben. Und bitte Abonnenten gegen. So, 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 so. Kommt die Niemann jetzt mal. Ich habe heute schon mal 95 per Band. Endlich kräftig mit 100 per Band 100 Bogen sein, aber ich habe gerade was gespendet. Deshalb hat sich das alles dagegen. Ich habe ein paar Bands in die Person. Bogenkönig macht zwei sehr hellen Spiels, der ist. Einen ist schwer gut schocken, ja. Komm, ihr könnt ihn sehen, dass es ein bisschen öffnen hier. Ich spiele auf dem Konditor. Ich schaue, dass habe ich keinen Cutspiel. Jetzt beginnen wir die Bahn per Bahn voraus. Dann sind dabei durch die Baugel. Da noch ein bisschen was. Da noch was drin. Sonst ist das in den Sammler. Die X-Bogen von der Leer. Sonst bekomme ich mal die Kondition dahin. So. Dann haben wir die Kondition. Dann haben wir die Kondition. Jetzt kommen wir die Bahn. Oh, es ist auch ein dunkler Schnauze noch dran. Bogenkönig ist auf drei nachden. Ja. Dann kommen Hälte. Ja. Gut. Dann machen wir die Bahn. Dann machen wir die Bahn. dann Datei. Dann machen wir das noch. Schüsstens. Nein-hh-h na. Ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben, was ich als nächstes gesagt hätte, ich zeige euch da mal meine Uhr. Äh... Warte mal, jetzt ist da mal ein bisschen raus. Okay, da geht schon ein bisschen was auch noch. Warum ist die Frage noch klar? Äh... Hundertprozent scharf es ist. Das wird nicht wahr sein. Dem habe ich hier keine Tipp mehr. Das Drahtachl ist der Drahtachl. Dann kommt jetzt wieder drauf. So... Aufgeben. Und... Na, war nicht. Ich glaube, das ist gut. Und naja... Immerhin was... Jetzt kann ich da... ...bogen tun. Also hier... ...nach nicht mehr drücken. Und... ...nach nicht mehr drücken. Dann... ...dann ich die Bogen... ...und... 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 ...wieder... auf 6, Ballon auf 5, Magel auf 5, Heiler auf 3, Drachen auf 2, Peke auf 1, Blitzzauber auf 4, Heilungszauber auf 4, U-Zauber auf 4, Sprungzauber auf 0, 1, Minions auf 3, ähm, schreibt mir in die Kommentare, ob ich die Schweine festgeheben soll. Ich hole mir auch mal wieder, äh, Jägelen, dann kann ich erst die Patienten schütteln, hier, machen wir einen kurzen Stopp und wenn meine Truppen fertig sind, sind wir wieder da. Bis gleich, ciao. So, hi, ich mache jetzt weiter, dann mache ich das Schlitz, ich schaue, ob es noch im Gegenteil ist, auch mit dem Drücken, bringe ich eigentlich ein bisschen vieles zusammen, wenn man schläft, jetzt hört, es ist gerade um 9 Uhr, dann schläft mir das Schlitz. Aber morgen nehme ich hier, ich ziehe, äh, Brühe auf, hier kommt Bumbi, ich glaube ich, mal sehen, dass ich jetzt nicht mit der Zeit rauskriege. Aber gucken wir mal. So, ich glaube, ich brauche nicht gerne so, mit dem Drücken kann ich wirklich nicht gerne so anfangen. Äh, 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 gibt es so schön mit dem Drücken. Ich glaube ich, ich glaube ich nicht, ich glaube ich nicht, jetzt mal. Ja, ich schließe mich. Und, wie ist die, äh, 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 ich habe jetzt schon mit dem Drücken. Und, wie ist die, äh, äh, ich habe noch nicht in die Kommentare, ob ich weiter solche Geschwindigkeiten machen soll, ob ich was besser machen kann, schlechter. Ja, wenn ihr fragt um die Webcam, ich weiß noch nicht, ob ich die Zoom mache, ich überlege dann. Ja gut, ich finde keinen Weg mehr, aber... Ja. Gehen wir raus. Wie gesagt, wenn ihr meine Glanwort nehmt, glaube ich weiterhin BF Volker, wie sieht es? Best of COG Da bin ich drin, wir sind nicht viel Mitglieder, wir sind im Aufbau, Arschmitglieder, bin 78 mein Freund, ist Fabian, Schauer und Mammel. Wenn es euch gefällt, reißen Däumen nach oben, und Daumen nach. da grüßt mich da zu mir, und wir sehen uns morgen. Mal rein. Ciao. Mal rein. Mal rein. Mal rein.